Moinsens und herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth. Ich bin alleine, ich bin aus meinem Rickfoss gewöhnt, dass ich da und dieses Kornkombus, oh, ich muss ganz kurz ruhig sein. Jetzt wird uns nämlich der Timmer erklärt. Ich mag den Timmer, der ist lustig. Hier wird uns das jetzt erklärt, bla bla bla, unwichtig. So Leute, was ich euch jetzt auch noch fragen wollte. Diese Lande haben viele Gefahr, neuer Kind. Was ich euch jetzt noch fragen wollte, ist, wenn ich jetzt kurz die Angriffe geblockt habe. Was mir persönlich auch wichtig ist, was ist wahr? Das ist ein Wichser. So, schon mal ein Schild wenigstens. Oh, jetzt wird das Ganze hier noch erklärt, das ist so langweilig. Huh, that beat. I better wait to turn before I do any more healing. Ja, wow. Ah, das bringt noch nichts. Gott, da muss ich jetzt erstmal den angreifen. Mal gucken, ob ich den wegkriege, aber ich denke schon. Sehr gut. Was ich euch fragen wollte, ich war ja wirklich... Ja, stimmt, das ging ja nicht so glücklich. Hey, look, you're bleeding. Ich mache wirklich jeden Kampf mit. Blablabla, jetzt erfahren wir halt, dass wir für zwei Runden... So hier, Schwach gegen Frost, gegen Feuer, zack, ne Pfeile, blablabla. So, da gibt es jetzt hier richtig geil Mineralwasser für mich. So, was ich euch jetzt fragen wollte, jetzt wo ich endlich mal reden kann, ja. Wie, äh, was haltet ihr da fort? Wenn manche Kämpfe einfach mal cutte, also rausschneide. Weil ich werde ja wirklich ein bisschen mich am Level hochfahren. Konzentration. Alter. Gehen wir richtig hart auf die Fresse. Ich muss mich ja, wie gesagt, äh, jetzt... Geht Gott, ich laber auch schon. Wie gesagt, ich werde hier jeden Kampf mitmachen. Und da werden auch manchmal einseitig dabei sein, falls ein spannender Kampf passiert, beziehungsweise, falls irgendetwas spannend passieren sollte. Werde ich den Kampf natürlich drinnen lassen, aber so die ganzen Tag weiligen Kämpfe hier sowas. Jetzt nach einem Tutorial oder sowas, was wirklich total unnütz ist, was ihr schon so tausend mal gesehen habt, was einfach nur langweilig für euch ist, beziehungsweise es scheint eine Zeitschinnerei für euch. Und ich habe schon wieder vergessen, überzustarten. Ich bin aber auch ganz schön blöde heute. Ach, eine Minute bis zwei waren das jetzt höchstens. So, und da wollte ich euch einfach fragen, schreibt bitte in die Kommentare. Wahrscheinlich wird es eh nur einer jetzt, bis sie das Video schauen und da auch sagen. Das wird seinerseits der Meinung sein. So, ähm, ja, ich werde mich dann in den Kommentar anpassen. Das rausschneiden ist jetzt nicht das Problem. Im Gegenteil, das ist sogar noch kurz bei meiner Hochzeitzeit, das wäre schön. Da freue ich mich, da würde ich mich sogar freuen, aber ist eure Entscheidung, falls ihr natürlich jeden Kampf sehen wollt, wie ich mir... Ah! Ja, ich habe am Anfang alle betäuben. Oder, ja, mal gucken. Also, ich bin gespannt, was ihr sagt. So weit, das schreibe ich natürlich nicht raus. Wir machen wir. Wir gehen erst mal auf den wütenden Penner. Und Badass, der... macht mit seinen Hammer der Stürmer jetzt erst mal den Angang weg. Sehr gut. So. Er meuchelt jetzt auf den betrunkenen Penner. Und der liebe Badass, der haut jetzt mit seinen Hammer auf den betrunkenen Penner drauf. Nun denn. Gut geblatt. Nun denn, dann würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze. Nicht. Cheater. Na, komm, hier. Gibt ihm 28 Schaden, easy. Das gehört auch zu einer Quest, wir müssen sieben, äh, Obdachlosen-Camps. Ihr seht schon, Obdachlosen-Camps unbesiedelt. Wir müssen das siebenmal machen. Denkt dran, Leute, oberstes Gebot übrigens, alles looten, looten, looten. Hier ist eine Farbe drinne. Hier ist ein Holzstapel. Ja. Also, wie gesagt, noch mal ganz kurz zurück zum Thema. Falls ihr die Kämpfe geschnitten sehen wollt, kann ich das machen. Zum Beispiel jetzt den Kampf. Wenn ihr wollt, dass ich zum Beispiel den steile, weil das ja wirklich... Komm. Das ist ein Witz, was das hier, ey. Wow, konnte halt. Oh, bist ein ganz harter. Au. Lol. So. Dann komm hier, meucheln auf. Komm, gib ihm. Ist ja auch fast so. Also, sowas würde ich dann schneiden. Falls ihr, aber natürlich, falls ihr mehr Kämpfe wollt, beziehungsweise jeden Kampf sehen wollt, wie ich mich in jedem Kampf zu Tode aufrege, über die ganzen Huren und Söhne, die mir so auf die Eier gehen, kann ich das natürlich machen. Lässt sich die einrichten. Wäre sogar weniger Arbeit für mich. Aber, wie gesagt, das ist alles eure Entscheidung. Alter. Der hat mir aber richtig auf die Fresse gegeben, ey. Komm, gib ihm ja. Weg ist er. Huia. Das war jetzt am Ende gar nicht mal mehr so langweilig, aber... Darum ist es so langweilig, dass ich das cutten würde. Nun denn. Da kommen wir noch nicht rein. Da kommen wir auch noch nicht rein. Da kommen wir auch noch nicht rein. Oh, hier kommen wir rein. Und hier genau. Oh, Kenny hat was geschrieben, huh? Ich bin eigentlich schneller bei Facebook-Messaging, als ich zu sprechen. Hier, das wird einfach schneller gehen, wenn ich... Also, das war jetzt nicht so, dass ich mir einen runtergeholt habe, nein. Ich hab nur... Keine Ahnung, ich hab grad Ausdauer noch auf der Stelle gemacht. Nun denn! Ab nach oben erklimmen wir... Der Pete! Das bedeutet, dass du nichts über mich weißt, hm? Ach, Pete. Ja, ja. Nun denn. Erstmal noch den Schneemann zerstören, dass der traurig ist. Hier kommen wir noch nicht rein. Ja, also ich hab wahrscheinlich jetzt wieder ein Titel, wobei ich reden möchte. Ihr seht es ja wieder, die ganze... Moment, bitte noch. Das muss ich ja mal ganz kurz aufbrechen. Die ganze Welt! Ob ich das... Ja, das schon... Komm, 10 Minuten, dann schaff ich. Hat er früher immer gemacht. Der liebe Craig. Passt auf, in Amerika wurde ja wieder ein schwarzer Mitbürger von einem weißen Polizist erschossen. Und... Ja, der ist immer wieder hier. Wow. Wieder Armageddon ist hier. Und ich... Ich möchte gerne mal eure Meinung wissen. Ich mein... Stellt euch vor, der hätte einen weißen erschossen. Klar, das ist schlimm. Und der Polizist hat auch, ähm, den Flüchtenden unbewaffnet und einfach erschossen, bis der tot war. Er hat was völlig anderes gesagt. Also, er wollte halt lügen und sich raus aus der Fähre ziehen. Das geht gar nicht. Aber mir geht's jetzt generell um das Thema. Wenn es ein weißer gewesen wäre, der da erschossen worden wäre, sagen wir mal im hypothetischen Fall, da würde wieder die ganze Welt... Da würde nicht mal die halbe Welt kommen, da würden vielleicht ein Drittel der Leute wirklich so richtig rumholen. Dann wäre es halt so, hm, Polizist hat einen erschossen. Schlimm, schlimm. Aber sobald es ein schwarzer ist, dann ist er wieder... Oh, nein, Rassist, ah, wah, 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 so, und... Das finde ich auch wieder nicht in Ordnung, dass er wieder so übertrieben wird. Und denn? Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my Bob. I can't go outside when she's not home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder. It's my dad's iPad, too. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Ja, ja, da Kevin. Oh, Kevin, da, Ronny. War das nicht schon Pokémon? Nein, war's nicht. Hallo, hallo. Boah, ich hab was mal in Schock gekriegt. Ja, da ist das wohl einfach umgefallen. So, hier kommen wir noch nicht rein. Ähm, lass mal alles looten. Looten, looten, looten. Wie gesagt, wir brauchen jeden einzelnen Cent, wenn das nur 100% dran werden soll. Und ich werde am Ende auch wirklich alles verkaufen, bis man es nicht zu den Sammelgegenständen gehört. Also, waffentechnisch und alles. Naja. Deswegen sammle ich hier auch wirklich alles, statt alles kurz und klein. So, wie gesagt, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Wie steht ihr zu diesem Vorfall? Es wurden jetzt wirklich in wenigen Monaten mehrere Schwarze von Polizisten erschossen, die weiß waren. Das geht natürlich an sich nicht. Also, das sind schreckliche Dinge, klar. Aber ich find das einfach, wie schon gerade eben gesagt, da wird ein Hype draus gemacht. Die Medien brauchen etwas, worauf sie sich stürzen können. Und das find ich einfach nicht in Ordnung. Das ist genauso wie mit dieser Germanwings-Katastrophe. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar, äh, Wochen her. Und inzwischen ist das auch wieder ausgelöst, der Stoff. Aber wie sich damals alle Medien auf die Hinterbliebenen gestürzt haben, wie sie die Schule zugekämmt haben, das find ich so derart unter aller Sau. Das, das gehört sich nicht. Das ist einfach den Opfern gegenüber und, und den Familien, das ist einfach der Letzte, der Mensch, unwürdig. Das, das find, das find ich unverhältnismäßig. Nun denn. Shouldn't you be in school? Shouldn't you be in school? Weißt du, was man dazu sagt? Die, bitch. So, jetzt hat die unten Aids, ne, nicht Aids an ihrem Bein, was ist das? Irgendein, irgendein toxisches Nervenkerns. So, noch sieben Minuten für mich. Das bedeutet, noch sieben Minuten irgendwie die Folge rumbringen und hoffen, dass ich euch nicht zu sehr langweile. Mal gucken, jetzt der Anfang ist immer noch am schwierigsten, weil man da erstmal alles freischalten muss. Suche Kevins iPad. Ich würde jetzt erstmal auf Anhieb sagen, da könnten wir hin. Was wäre denn jetzt am logischsten, wo wir hingehen könnten? Das weiß ich grad nicht, also, da müssen wir hin. Also, am Anfang muss ich erstmal sagen, schalte ich übrigens erstmal alle Schnellreisestationen frei. Das heißt, der Anfang ist erstmal so ein reiner Laufpart. Beziehungsweise so ein Erkundungspart, die ersten Parts. Es geht erst so vielleicht ab Part 5, 6 richtig mit der Story los, für euch. Falls euch das natürlich zu langweilig ist, euch steht es natürlich sehr gerne frei, das Video jetzt zu unterbrechen. Es ist mir persönlich egal. Ich mach Videos, zwar auch für euch, aber ich mach Videos halt, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich irgendwie auf Kommerzen oder so auf bin. Randy straft Bescheid wegen Alkohol am Steuer. Ach ja, die Folge war auch cool. War ich nicht. Nun denn, da hinten kann man noch was looten. Alles gut, meine lieben Freunde. Looten, 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 looten. Nun denn, ähm, das war ich auch nicht. Gehen wir erstmal dann nach oben. So, hier war noch was. Und dann war hier ein Chin Po. Ach, der Handmörder in der Folge stand übrigens. Die, wie hieße Miss Crabtree, war in der, war in den ersten Folgen so mit dabei, hauptsächlich, muss man sagen. Also in den ersten Folgen war ich noch wirklich mit witzig da, die Kinder, immer schöne Sachen mit Gesprächen, mit denen ging es zum Beispiel. Die alte Ziegel lässt uns nicht raus. Was hast du gesagt? Ich sag dir mal, die alte Heizdecke, die hält schon was aus. Einmal haben sie die Wahl ins Gesicht gesagt. Naja. Aber Sterion, das war doch hier, äh, oh Gott, wie hieß es denn? Ich hab die Folge erst gestern gesehen. Das war hier Pabst Blue Ribbon, was da im Regal steht. Das ist einfach schön wie die ganzen Sachen so. Und wenn man nicht der absolute South Park Fan ist, geht man einfach dran vorbei. Aber wenn man ein South Park Fan ist, dann kennt man die ganzen Sachen. Hier, Damien Thorne, erste Staffel, der Sohn des Teufels. Hier die Golem, Schwester Golem, die irgendwie einen ungeborenen Fötus an ihrer Wange hatte. Es gibt so viele schöne Dinge hier. Naja. Äh, ich schweife ab eigentlich. Also wie gesagt, mit den Germanwings, das ist auch schlimm. Was ich auch persönlich schlimm finde, dass heute für News, dass du der Erste bist, bis allem, wird einfach quasi über Leichen gegangen. Ich mein, wenn man überlegt, wie da die ganzen Leute da, die Hinterbliebenen, behandelt wurden, das ist nicht mehr feierbar. Aber gut, wir werden nicht die Menschen, wenn wir nicht für solche Dinge bekannt werden. Boah. Nun, dann holen wir kurz Romper Stomper hier. Ja, da wurde Capman in der Folge in das Gefängnis gesteckt, weil er Token einen, ne, mit einem Stein beworfen hat. Genau. Irgendwie, weil es hieß dann, das war ein Verbrechen mit rassistischem Hintergrund. Oder irgendwie sowas. Naja. Oh, da waren ja welche. Lol. Ah, wenn du mal zuerst weg. Ah, ich bin ein bisschen müde. Ich habe ja, wie gesagt, jeden Tag Training in den Sommerferien. Es ist für mich echt anstrengend, ich wurde heute mal wieder deentechnisch komplett... Ich rede zu schnell. Ich sollte Double-Timer werden. Ich wurde heute wieder deentechnisch in den Ferien total vergewaltigt. Oh, das ist ja echt gar nichts. Nun denn. Oh, oh. Block. Okay. Dann holen wir den jetzt weg. Ja, zu den technischen Vergewaltigungsgeschichten gibt es da was im nächsten Part. Ja, und Ballas, ja, komm. Ja, gib ihn mir. Ich spamm jetzt einfach mal die Tasten. Oh, ich wollte dir so mercy. Ja, das hätte ich jetzt zum Beispiel cutten können. Also, wenn ihr wollt, dass ich den cutte, ja, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, das würde ich dann ab dem nächsten Part machen. Ist jetzt nicht so die Welt. Ich nehme das zwar am Stück auf, aber wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Ich bin ein sehr eifriger Kommentareleser, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber tatsächlich lese ich die Kommentare immer und freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Deswegen, Leute, schreibt ruhig, wenn ihr irgendwelche Sorgen oder Probleme habt. Ich bin dann gerne euer Ansprechpartner. Und... Wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe erstmal zum Kevin Stowe und gebe ihm das iPad zurück. Noch zwei Minuten, 23, dann werde ich jetzt beim Stowe-Lady-Part beenden. Und mich schon mal dafür bedanken, dass ihr eingeschaltet, beziehungsweise dieses Video verfolgt habt. War ich nicht. Aber gut, wir haben eine gute Nahkampfwaffe erhalten, die wir auch direkt anlegen werden. Oder auch nicht, weil wir ein zu niedriges Level haben. Scheiße. Ah, jetzt sollte ich mal den Glitzerschmuck anlegen. Na gut, das bespricht mir alles im nächsten Part, Leute. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, wir sehen uns. Morgen wieder. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.